Hi Besties, ich wollte mich einmal kurz melden. Gestern war ja die Bambi-Verleihung und wie ihr mitbekommen habt, haben wir leider nicht gewonnen. Und meine DMs sind wirklich voll. Ich habe das Gefühl, ihr seid trauriger und enttäuschter als ich. Und das müsst ihr nicht sein, Leute. Alles ist gut. Wir werden wiederkommen mit 21 Jahren, mit nur einem Album, bei einem Bambi nominiert zu sein, ist super krass. Auch noch als Rapperin mit Hip-Hop. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Riesenstep ist und was ich damit für einen Riesenstep gemacht habe. Alles ist gut. Jeden Award in Deutschland, den man gewinnen kann, haben wir gewonnen. Ihr habt mir jeden Award nach Hause geholt. Man muss auch mal Platz machen. Man kann nicht immer gewinnen. Alles ist cool. Ich gönne es von Herzen. Und solange Frauen im Business gewinnen, sind wir immer ein Stück weiter. Das ist super wichtig, dass das passiert. Und wir werden wiederkommen. Es ist einfach nur ein Ansporn, weiter zu hast. Wir werden weiter abreißen. Und Rapp kommt wieder zum Bambi. Und wir holen uns das noch. Alles ist gut. Danke für alles. Ihr habt euer Bestes gegeben. Ich liebe euch vom ganzen Herzen. Und ja, es sollte einfach nicht sein. Es kommt was Größeres. Und ja, ich gehe jetzt essen und feiern. Und ich liebe euch sehr. Mua!